heute von mir zu früher stunde samstag morgen mache ich gleich auf den weg zu meinem mutter x-ray davor nehme ich hier noch ein flunkverwert mit schauen ich brauche immer noch ein schein die hunderter spaß also 100 reicht mir ich habe meinen x-ray also den haben wir vom zappelstay da haben wir getriggert und die mir hat später auch seinen ersten aber nicht an der arena ich bin hier beim klangdiener aber ich habe beim gedenkstein und da habe ich mein hunderter godon und mein zweites hunderter mutter also vielleicht habe ich mal wieder glück beim gedenkstein wobei hätte ich glück gehabt dann hätte ich da ein hunderter regissier bekommen aber egal wir werden es gleich dort sehen so was geht schauen wir mal ihr seid gerade mitten auf dem gedenkstein der arena ich weiß gar nicht ob das hier ein nest ist oder ein monument aber wen interessiert hauptsache x-ray so mein gott es hängt ok oh alter ich dachte es wäre vorbei so genug hat es gar nicht angefangen keine ahnung was bei mir los ist aber ok so immer noch nicht jetzt langsam jetzt ok bei der hälfte kommen wir rein naja besser spät als nie kostet uns natürlich paar bälle sag mal wir kriegen jetzt nur noch einen chanceball anstatt drei zu krass der lag ich hoffe das wird uns beim fangen nicht so stören ja alter es wird nicht besser ok ich glaube es hat sich jetzt gebessert ihr wisst was ich sehen wird ja auf jeden fall wollte ich das nicht sehen ja spannung ist weg ach so es kommt mit dem händler ich dachte es ist ein hunderter also sie hat ihn einfach nur mit gelberberge gefangen oh man der lag ist real der lag ist real komm erster ball drin wir haben nicht so viel freiheit mit dem her alles klar ja hey du hast es doch geschafft ja wir können ja doch tauschen vor allem als ich das Video gesehen habe ich glaube da habe ich eine kleine Fehlinformation verbreitet wieso ich glaube ich hatte doch einen tausch oh mittags ich hoffe das habe nicht so viele Leute gesehen nur ein paar tausend nur ein paar tausend das ist gut kleine Fehlinformation von natürlich einem Griechen oh mein Gott aber ich bin schuld du bist nicht schuld ja natürlich ich bin schuldig bist du schon drin ne die sind noch gar nicht reingesangen das war das eine Despoteste du meinst ein einziges Despoter ich habe zwei oh mein Gott ja kannst du jetzt das eine ist in der Arena scheiße ich muss mich alles alleine machen du bist der erste da drin oder 36 ne eine ist 37 also es gibt nicht viele Leute die unter dir sind nicht mehr nicht mehr zeig mal was du da für wie geht das Gerdos Drogon Zaptos was soll ich sagen für Mewtwo leicht schon wie viele seid ihr denn wie viele seid ihr denn fünf fünf ja die sind fünf ja bis jetzt ja wird es doch nicht so wir werden nicht gespannet das ist gut ja wenn alle schwächer sind und ihr nur fünf seid ist schon ok wir machen ja gar kein Damage man ja das macht ihr schon das sollte schon machbar sein der muss noch ein Pokemon nicht ausweichen man es gibt diesen Ausweich Bug immer draufhauen ja die sterben ja dann ja du musst halt mit noch einem Pokemon ok was ist das für ein Damage man da kämpft jemand mit Damierplex oh Gott Alter das ist echt knapp man ihr seid noch nicht bei der Hälfte ja warte das ist mein letztes grad und was anderes ich denke nicht jetzt naja das zweite Team ist wenn das erste Team schon so schwach war ja ich will gar nicht wissen wie das zweite Team dann ist ach das auch noch stimmt jetzt wechseln einfach rein und angreifen mein Gott egal Dimi muss das Team führen oh mein Gott Alter das habe ich gerade mit Darbypacks aufgenommen oh mein Gott aber fast kein Damage gemacht man ja wo sind die anderen sind die schon tot? das ist hier gar kein mehr das andere spielst du mit oder du machst das schon alleine gerade ja wenn du einmal reingehst dann siehst du die anderen nicht mehr also wenn du nochmal wiederbelebst mein Gott nur 60 Sekunden ok das wird nichts doch das ist nicht mehr viel ja ja ich glaube so 15 Sekunden habt ihr noch übrig dann oh mein Gott Team Nummer 3 einfach draufhauen einfach draufhauen ok man ich brauchst jetzt so achte Poker oder warte ja easy doch das schafft ja wie du Pumpe nee nicht Hyterga ich glaube da ist sogar Damierplex besser als Hyterga alter man oh Gott war das Pich ich sag echt nicht zu mal fliegen mein Gott hast du es gesehen? ich habe nicht hingeschoben ich habe es echt nicht gesehen ich will die Sonne oben sehen ich will die Sonne oben sehen kein oh mein Gott gar keine oh mein Gott zeig mir dein Gesicht wenn du seine WP siehst 2,275 oh mein Gott und? 2,2,2,3 oh mein Gott mein Tod egal den können wir dann tauschen den können wir echt tauschen die gibt es gleich weiter und er gibt es dann das macht er nicht mehr okay oh mein Gott was war das? man tue ich seine Beine durch man tue ich seine Beine durch man tue ich seine Beine durch ja ja du kannst schon mal in den Tausch gehen ja 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 lande zwei gute Bälle okay mit dem ersten Ball gefangen ja juhu neuer Eintrag 3 vor EP wieso das war dein erster ja ich habe noch gar keinen ich habe acht Monate nicht gespielt ach so ja es kann ja es kann ja gut werden und ein lucky Pokemon noch zusätzlich her ja okay das wäre ernsthäftig aber das ist halt ich gebe dir ein mächtiges Aufwand ja was möchte ich ein guter Tag für jeden ja ja deswegen ist Griechenland auch in so einer Situation oh warte ich habe keinen Internet was ist denn los? ja Griechenland hat ein gutes Internet abgelöst so sechs Bonbons kannst du einen Spezialtausch am Tag machen? hä du hättest doch die Nachricht bekommen müssen wo du dachtest du hättest keinen gemacht was habe ich da bekommen weiß ich was habe ich gesehen ich habe nur gesehen das ist ausgeblendet weil ich habe den Traum nicht gesehen so zum Abschluss schauen wir uns das Tropius an echt schade das hängen geblieben ist und wir die Animation die Tausch Animation und die neue Dex Animation nicht gesehen haben aber hier ist er Führung dank an Tassos und ja null Bonbons IVs extrem schlecht also zweitschlechteste aber immerhin jetzt fehlt uns nur noch Illumis den habe ich schon geserviert von einem Kollegen der ist momentan in Amerika Tauros und Quirtel also theoretisch könnte mir auch Tauros wahrscheinlich geben aber ich tausche nur von einem Spieler jeweils einen neuen damit ich wenigstens da ein bisschen Abwechslung habe sonst könnte ich einfach zu einem gehen der einfach alle hat aber ja das war das und dann auf dem Heimweg jetzt noch eine Pandir Quest endlich geholt das ist mein erster jetzt nach drei Tagen oder so ich bin gespannt weil Dimi hat sich die auch geholt und bei ihm ist so ein Fehler ein Bug wo wenn er die Belohnung abholt immer weiß bleibt und auch selbst beim Neustart dann es bleibt immer weiß und keine Ahnung was da los ist ich hoffe das ist bei uns nicht so schreibt um den Computer ob ihr schon hat das oh ich dachte schon einen Pandir habt 4 66 entweder das 466 oder 446 nein ich glaube 466 ok aber wirklich sehr komisch ah 466 ok wahrscheinlich wir werden es gleich sehen so neuer 6 anklack dreifach EP ok heavy check really strong aber ja der ist schlecht also 466 wobei 466 100 ist und 445 ah ja egal egal hauptsache wir haben endlich einen aber ja das war's von mir wenn man liken subscribe und kommentieren check die Analyse ab folgt mir auf instagram facebook twitter check den shop ab und schreibt unten in die kommentare ob ihr Schampagne habt wenn ja wie gut und wie euer Mute Rate heute so war aber vergesst nicht Poké und ein serious business das